Preiswerte FIFA 14 Ultimate Team Münzen, PSN-Cards und Xbox 360 Microsoft Points findet ihr bei unserem Sponsor MMOGA. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Üni und herzlich willkommen zur 32. Folge unserer Top 5 Tore der Woche in FIFA 14. Heute wieder richtige Knallertore mit am Start. Auf dem Platz Nummer 5 haben wir diese Woche. I-Strike FIFA, der kommt hier angelaufen mit nah an, die macht den Schuss, findet zieht da hinten. Hacke zu Hacke, Rabo unaufheck, nimmt sie jetzt den Ball hoch und dann der Fall rückt sie ja. Junge, Junge, werte damit gerechnet, dass er jetzt hier einen Fallrückzieher raushaut. Auf dem Platz Nummer 4 haben wir diese Woche Jonas Kitzadeh, der zeigt mal hier mit Magidi einen richtig geilen Skillrun. Haut ihr den Magidi-Spin raus, macht jetzt hier einen Drag-Back-Fake, vernascht hier zwei Leute, macht hier den Magidi-Spin wieder. Reverse Elastico zieht jetzt hier rein mit dem Elastico, der nächste Gegner kommt, Roulette. Jetzt macht er hier einen Hacke zu Hacke, darauf den Bärmer-Spin und dann klatscht er das Ding unten links in die Ecke. Richtig genialer Skillrun hier. Auf dem Platz Nummer 3 haben wir diese Woche der FIFA-AD-Skiller und der rasiert jetzt mit Ronaldinho einfach alles. Schaut euch das jetzt an, Scoop-Türen, Ballrollflieg und jetzt kommt hier der Hokus-Pokus wie der schwarze Magier. Jetzt der Drag-Back-Fake, bleibt stehen, Roulette-Megidis mit hinterher Scoop-Türen. Dann ist los für uns an, bam, er macht er das Ding in rechts unten in die Ecke, Alter. Was eine kranke Kombination. Auf dem Platz Nummer 2 haben wir diese Woche Maus-Skiller, ein Stieb mit dem direkten Volli nach der Ecke in den Winkel. Das ist Scharmuta mit voller Wucht, mit vollem Erlahm, knallt er das Ding in den Winkel rein. Was ein krasses Tor. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zum alles entscheidenden Platz Nummer 1. Belegt vom Play-FIFA 1998 mit Ben Affa haut er hier erstmal den Skillrun aus Scoop-Türen. Und jetzt hier der Okocha zum Volli in den Winkel. Gollasso, habt ihr sowas schon mal gesehen, Alter? Was ist das denn? Er nimmt sich den Ball hoch. Ach du Scheiße, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Platz 1 gewinnt diese Woche 5000 Coins im FIFA Ultimate Team Modus. Und ja Freunde, wenn ihr auch so geile Tore habt, sendet uns euer bestes Tor an viel FIFA, top5golz.live.de Oder sendet es uns einfach als private YouTube-Nachricht. Ja, meine lieben Freunde, das war es dann auch von dieser Folge. Ich fühle mich auf jeden Fall wieder mit einem Daumen nach oben, Freund. Euer Öni ist jetzt raus. Ich bin gerade noch im Urlaub, wenn ihr das Video seht. Haut rein und ciao. Rille, 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 rille Ralf. Rille, 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 rille Vielen Dank.